Das M10 vom Hersteller BQ ist das erste Tablet, das mit Ubuntu Touch ausgeliefert wird. Die Bedienung geschieht wie auf dem Smartphone mit Wischgesten. Zentral für die Nutzung sind sogenannte Scopes, die Informationen aus verschiedenen Apps zu Themen zusammenfassen. Zwar gefällt uns die Idee des Systems immer noch, die Arbeit damit macht aber auch auf dem Tablet keinen Spaß. Denn das M10 reagiert sehr träge. Selbst einfache Anwendungen wie die Systemeinstellungen laden nur sehr langsam. Außerdem ruckelt das Bild teilweise sehr stark. Das nervt vor allem beim Wechseln zwischen Apps oder auch nur beim Scrollen. Mit dem M10 lässt sich der Konvergenzmodus von Ubuntu Touch erstmals testen. Die Oberfläche des Tablets kann dazu in einen Desktop-Modus geschaltet werden. Dieser bietet freischwebende Fenster und lässt sich mit Maus und Tastatur bedienen. Typische Software wie LibreOffice lässt sich damit aber nur schwer nutzen. Die Verwendung eines externen Monitors per HDMI ist uns nicht gelungen. Das M10 ist wieder nur ein schöner Versuch. Ein schönes Gerät ist das Tablet nicht. Ausladung des Spl斯 Die Verwendung des Blordes Die Verwendung des Blmutters Die Verwendung des Blutters Der Welt ist בר DES